The Power of the Darkseid Wahrscheinlich gar nichts Ihr könnt doch mal irgendwo in den Kommentarschreibungen Ich muss doch mal irgendwo in den Kommentarschreibungen Ich kann nicht mehr nicht mehr Ei 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 Sir, die ersten Bombardements auf das Museum wurden durchgeführt Das Ziel wurde nicht zerstört Das ist äußerst enttäuschend Einen weiteren Schlag vorbereiten Ich will, dass das Museum ausradiert wird, Captain Hier läuft die Zeit auf Wo muss ich dann gehen? Muss ich dann gehen? Bist du echt schwuppig? Tiger-Zentrale, wir sind beim Turm. Keine Spur von Batman. Die Suche fortsetzen. Bestätigt. Suchen den Turm ab. Suchen hier mal eine Turm. Ich knack da mal weiter. Ah ja. Ja. Ja, ich sterbe ab. Geht's zu gut. Ich bin gleich bei dir, Kollege. Achtsam sein. Ihr habt alle meine Berichte gelesen. Benutzt dieses Wissen, um ihn zu besiegen. Die Zielperson ist unter uns. Ja, woher wäre es denn der das jetzt? Zielperson verschwunden! Total unrealistisch. Niemand hat mich gesehen. Gibt Sichtkontakt mit vier Personen? Oh, weh, 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 nicht unterfallen. Er ist bei euch in dem Raum. Irgendwo. Gibt Sichtkontakt mit vier Personen? Wir haben sechs Gegner. Kontakt, Gegner wird das Gerät gefunden. Nötze. Protokoll 10 wird die Zukunft dieser Jauchelgrube von Stadt verändern. Und schon bald auch Ihnen ein Ende bereiten. Weiterer Verwundeter bei meiner Position. Habe Sichtkontakt gezielt. Ich sehe Batman. Batman ist da drücken. Und tschüss. Das reicht. Er ist hier. Erlebt ihn. Sonst werdet ihr mir dafür büßen. Kollege, du hast nur noch drei Wachen. Habe jemand Sichtkontakt zum Ziel? Und die hole ich mal auch noch. Wer ist der Nächste? Na komm. Ich weiß, dass Sie da sind. Es ist zu spät. Er wird alles verderben. Findet Batman und haltet ihn auf. Sieh ich nur noch zwei Gegner. Verwundeter! Nur noch zwei Gegner. Okay. Ähm. Im Moment haben wir nicht nur eine Form hier vor. Aber der Over scheint in die Nene zu kommen. Wobei. Das sieht jetzt gerade gut aus. Das könnte klappen. Wachen. Wir sind nicht allein. Batman hat den Raum betreten. Und schon verändert sich die Detektivfarbe. Sieh nicht gefunden. Ja ja. Du bist der Nächste. Dann macht er kein Kummer. Batman ist da drüben. Denkt er doch über Ausbildung. Haltet ihn auf. Zielgebild. Habe Sichtkontakt mit Sieb... Na ja. Halt die Klappe. Ja. Die zerschmetterten Körper, die Sie in dem Raum zurückgelassen haben, kümmern mich nicht. Zerschmetterten Körper. Wer da steht. Wart mal dabei. Kollege. Ich komme dabei. Ich bin besser als Sie, Mr. Wayne. Na ja. Mal sehen. Ich weiß, dass Sie da sind. Sie können nicht fliehen. Kriegt man das nicht, Doof? Also, durch das, dass ich gerade darf, müsste es ja eigentlich gehen. Können Sie mich hören, Mr. Wayne? Natürlich können Sie das. Damit das klar ist, Sie können mich nicht besiegen. Ich bin unantastbar. Ich gehe lauter Möglichkeiten, aber... Vielleicht möchten Sie hier sterben, Mr. Wayne. Das ließe sich einrichten. Wie kommt man... Wie kommt man... Dönnen. Gar nicht. Ich muss das knacke tun. Ich bin besser als Sie, Mr. Wayne. die zerschmetterten körper die sie in dem raum zurückgelassen haben kümmern mich nicht ich mach jetzt mal einfach ganz langsam ich weiß dass sie da sind sie können nicht fliehen solange ich doch das xx drin habe ist das wohl verkehrt es kann ja doch nur das so sind sie haben nicht gewonnen sie können nicht gewinnen ich bin ihr nachfolger ich habe gotham gerettet ihrer form steht oracle schalte hier alles aus mit vergnügen du hast alles ruiniert nehmen sie ihre hände weg sehen sie was sie getan haben großartig nicht wahr sie sind erledigt ich habe mächtige freunde das ist erst der anfang niemand wird mich aufhalten schon bald werde ich armeen befähigen die ihr euch nicht mal vorstellen könnt ich habe erreicht was der große bett man nie erreichen konnte ganz große bett man mir jugo ihr auftritt ist jetzt beendet professor strange wieso ich habe getan was sie wollten in der tat sie haben deutlich gezeigt dass sie bett man in jeder hinsicht unterlegen sind das sind sterben detektiv er war deine marionette ras wieso sie sagten ich würde ihr nachfolger das war unsere vision interessant und sie haben es nicht zu ende gedacht aber als sie kamen um ihr batmans identität zu verraten gab ich ihnen die chance ihren wert unter beweis zu stellen und nicht nur das sondern auch unbegrenzte ressort sie hatten eigentlich die chance diesen typ hier schon umzubringen sie sind dem ziel sehr sehr nahe gekommen und dennoch haben sie mich enttäuscht er wird sterben was er braucht hilfe und zwar sofort tu was du willst detektiv für mich ist er längst tot ich bin so nah dran geben sie mir etwas mehr zeit zu spät keiner hält von mir eine zweite chance das ist ein guter tag detektiv gut es werden menschen sterben die welt vermisst sie nicht wieso solltest du es tun auch gett man schalten wir doch auf du magst strange besiegt haben aber das das ist nur der anfang komm mit mir gemeinsam werden wir diese welt bereinigen niemals du bist du bist zu dem geworden was du bekämpft hast und ich werde dich aufhalten lach nicht so mir haben die schummel Luft gehalten computer aktiviere protokoll 11 was tun sie da zugangscode wain was nein wo müssen wir denn jetzt fangen ich hoffe nicht natürlich ich habe ich habe mir so die befehle für tricke und jetzt es war leck oh er will sich umbringen nein was ist das es ist mal abgekackt das spiel ist mir abgekackt ich kann nichts drücken ich kann nichts machen wo das darf jetzt nicht wohl sind ehrlich oh gott ne er schruggelt mal die aufnahmen die ganze zeit wo ich nichts zu gehen machen kann und jetzt bleibt mir das ganze spiel hängen was ein dreck hr 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 Bis zum nächsten Mal.